hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von minecraft und ich habe schon wieder vergessen wo wir waren aber ich denke wir wollten hier weitermachen richtig schön mit lag wie immer die muss ich auch noch gucken wie ich das dann hin baue ich denke wir lassen ist dann mal weißer wolle und unten so ein bisschen netter gedöhnt meistens noch netter briggs ach so da hätte ich gar nicht wirklich schlagen brauchen gucken ob ich da was hinpacken kann da haben wir das na gut geht wieder rauf hier das lassen wir natürlich einen breit da blöd sind wir daraus wegschlagen und zwar breiter brauchen wir es nicht machen geht auch gar nicht mit oben dann zusammen außer ich muss dann plötzlich drei breit damit das symmetrisch ist aber das lassen wir mal schön so sein das war wieder licht und auch was sieht hier ach jetzt habe ich ganz vergessen zu gucken ob Soundcraft geupdatet hat aber ich gucke da immer selten hin weil jedes mal wenn ich gucke ist es eh noch nicht so weit hier noch weg hauen ja das ist ein bisschen höher Schaufel ja haben wir sehr gut ich weiß noch gar nicht wie ich das mit der Decke dann mache sollte ich mir aber auch langsam überlegen wie hoch ich die mache na jetzt wird sie auch duster hier den boden kann ich den weg hauen ja machen wir das gleich erst mal noch die erde weg hier haben wir noch mehr erde da können wir ja bald hier mit unserem kram einziehen da bin ich dann gespannt wie ich das hinkriegt da mit den barrels und dem ganzen lag und ach bloß auf so hier haben wir 1 2 3 4 5 6 hoch also wäre das hier 1 2 4 5 und 6 und da oben dann Hölzchen aber nicht das von hännis das sind auch gut machen wir das ins fuß gott 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 da wird schrutt aha jetzt wer gesetzt schon wieder alter Slack will mich echt verarschen heute so und da mache ich noch na gut da war das Leck mal ein bisschen praktisch wir müssen mit praktisch immer einen höher gehen ich weiß irgendwann wird es dann zu ende sein mit dem immer einen höher gehen weil dann geht es nicht höher weil wir dann durch den hausboden durchkommen aber solange es geht machen wir das jetzt halt her warum gehen wir das bei dem einen und da geht es nicht na endlich und irgendwie ist die musik zu ende ach das hat so eine lange pausenphase na jetzt muss ich wieder so da dann muss das da weg da haben wir schon wieder mehr musik von dothek diesmal nein dieses holz will ich nicht benutzen danke sehr so sag mal bei den anderen ging es ohne hüpfen und da muss ich plötzlich hüpfen bei dem geraden na ok da habe ich dir an die wand gezielt ha noch sind schlau mal wieder ah na gut aber ey ne da will er nicht ok noch können wir aber gleich ist vorbei ich nehme mich dort jetzt nehme ich jetzt schon der Boden oh nee dann lasse ich als Decke den Kobbel von unten jetzt ist nur noch die Frage des Randes also der Wand mit Lampen würde ich dann als Closer einsetzen aber das mache ich hinterher erstmal alles in der Gesamtheit angucken so hier ein na so und jetzt alle dann können wir da wenigstens schon mal Wolle raufhauen und da sehe ich meinen Fehler wir hätten uns eine Menge Holz sparen können und das sparen wir uns auch tut mir leid na ich war zu doof wir können uns auch das ganze Holz hier sparen ich hätte nur eine eine immer reinmachen brauchen jetzt hau das doch weg da hier natürlich auch mein Fehler machen wir da nämlich Koppel immer rein doch mal was ich mich jetzt für arschen ja das kriegen wir gleich noch hin ich hasse das und da noch oh halt da muss der noch rein und dann kommt da nämlich Wolle hin hm na ich hasse dich du scheiß Leck da Wolle ist auch alle wir laufen mal hier aus dem Scheiß nein wir laufen doch nicht raus wir gehen schlafen schön schlafen schlafen so wir brauchen also mal wieder Wolle und Neter Zeugs ach das heißt wir werden bald wieder in den Neter müssen denn ich glaube wir hatten kein Neter Kram mehr und der ist schon wieder draußen ja komm hier schön hier rein komm komm hier rein hier rein ja feiner Hase feiner feiner Hase da drinnen bleiben diesmal äh mega Leck wird echt immer schlimmer jo was wollte ich jetzt überhaupt ähm wo noch haben wir schon ich denke das ist Quarz das ist Schnee machen wir mal ein bisschen Ordnung hier das kann jetzt aber auch wieder weg ähm 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 Neter Zeug haben wir auch nicht wir haben hier aber lauter Neter Rack dass wir dann schön verbrennen können so das brennt erstmal vor sich hin hier wird das schön die Sätze Dinge verbrauchen das ist auch gut und dann ach ne ich glaube ich aha mein Ohr juckt Hilfe boah übel so wir müssen jetzt Wolle ernten Nein hier gibt's nicht raus so Wolle 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 und deine nehmen wir auch und deine auch Wolle 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 Schnee weg Wolle 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 und Wolle sehr schön wir haben wieder Wolle wie viel haben wir jetzt 16 hm ich glaube ja nicht dass das reicht und hier liegt noch was na gut verbauen wir die erstmal muss ich auch noch husten oh man oh man heute geht aber auch alles schief das niederzeug muss erstmal noch weiter brennen machen wir hier schon mal die Wolle dann gucken wir nach dem niederkram nein da war Sade hab ich gar nicht mitgekriegt jo ne dekram ich komme ach die Tür bleibt jetzt auf ach so viel Gott das dauert echt ein bisschen lange mit dem brennen ne na haben wir neun naja die Folge dauert auch nicht mehr lang dann jetzt werden die mal schneller hin dann hab ich immer ein zu wenig naja geh weg böses Mistding so und wieder alle da muss auch ne da rein naja du glitschst dann nur vor dich hin will mich nicht von dir beißen lassen hab ich keine Lust zu guck mal wieder ein bisschen nach Wolle das kann noch ein bisschen dauern mit der Wand da sammel das ein sehr schön na du hast wieder gefressen sehr gut brav naja doch scharf da kann ich leider nicht abscheren jo es sagt die Folge ist zu Ende mein Timer aber wir machen das jetzt noch schnell dass wir die noch einbauen da dann geht's in der nächsten Folge weiter nach dem ich jetzt lag dort die Tür aufmachen so dann so und so so und so oh einen haben wir noch so nein ich will die so so doof so ja ist klar ich glaube heute ist echt nicht mein Tag so war schon wieder Licht so und so und da ganz unten habe ich jetzt wieder vergessen äh werde ich bestimmt öfter vergessen so und da ist dann ne der Brick guck mal mal hier ach das seh alle na sag das doch schnell noch den letzten Steak rein futtern und dann ist das das Folgenende für dieses Mal auf Wiedersehen bis zur nächsten Folge boh bisjut bis 어 link bis